Hallo meine kleinen Schnuckelhäschen, hier ist wieder der Rolf Silla und wir spielen eine Runde Dominar. Das habe ich ja schon einmal gebracht, erste Staffel, kein Plan. Und den keinen Plan habe ich eigentlich immer noch. Aber neue Taktik, ja. Okay, gut. Wir haben hier drei Kämpfer, Salonus und ich muss mal gucken, wir haben nur noch zwei Tage. Wie viel Geld haben wir? 1000. Nehmen wir. Nehmen wir. Nehmen wir. Regraint alles zweimal ab. Haben wir jetzt, ne? Ne, das nicht. So, und... Kann ich das nicht? Ne, das ist der Quama. Und das ist quasi der beste, müssen wir uns jetzt merken, Salonus, ne? Und dann schauen wir mal. Wir können nämlich Scheiße hinten noch kaufen, verschiedene Typen einstellen, die uns dann Boni bringen. Ähm, pick, pick mal den... Ja, jetzt muss ich ja ihn nehmen hier, ne? Äh, Done. Das Problem ist, ich habe jetzt nicht so eine... Accept. Ich habe jetzt nicht so eine Option, wo ich pausieren kann. Ja? Wie zum Beispiel bei Ostriff oder Kenshi. Das wäre es nochmal. So ein bisschen überlegen. Äh, das war knapp, als ich mir das gewünscht habe. Easy peasy. Crowdfavor. Das ist gut. So, jetzt haben wir hier einen neuen Typen. Wasser. Yelda. So, ich bin... Oh, was? Erozean? Na ja. So, das ist... Die sind mir herzlich... Egal. Ähm... Okay. Wow. Cannot heal über 50%, but it gets attacked. Wow. Ne, ne, machen wir aber nicht. Ja, hallo? Kriegt er doch mal direkt, oder? Ähm... Map of Games. Nö, brauchen wir noch nicht. Wir brauchen hier... Mind Control, Nimble Stance... Red-Aimed Attack. Ja, ne? Muss erst mal das machen. So, wann kann ich denn hier Leute einstellen? Das ist die Frage. Weil es sind wieder nur noch drei Tage. Moment mal. Sehr gut. So, der kriegt auch nochmal einfach mal ein... Wer weiß, wozu es gut ist? Ähm... Aimed Attack. Er muss... Das habe ich überhaupt nicht gemacht. Ach du Scheiße. Nein, der soll gar nicht trainen, oder? Du sollst trainen. Du sollst trainen. Ähm... Ich überleg jetzt, ob ich einen von den Nackten kämpfen lasse. Ach, wir lassen ihn kämpfen. Es ist okay. Und der sollte eigentlich sich ausruhen? Das ist okay. Keine Werbe-Einnahmen für dieses Video. Oh, wääh. Ich glaube, meiner kriegt auch den Sack, oder? Ich bin nicht an... Ich bin nicht Antonius. Ich bin Antonius. Habe ich doch gesagt. Schön. So, jetzt ist die Frage. Was machen wir mit dem? Train, train. Heal. So, so, genau. Cannot heal. Why? Der ist voll. Der kann trainen. Nero. Ähm. Cell. Nero. Er hat einen coolen Namen, deshalb warten wir den mal. Heal, train kann er beides nicht, aber ich kann seine Sachen wieder ein bisschen aufwerten, ne? Äh, upgrade. Dann müsse er. Ja, ja, ja. Weil ich hab halt ne. Oh. Oh. Weil ich hab halt ne. Linkshänder Maus. Da ist halt alles mal ein bisschen andersrum. So, aber wo kann ich denn hier hinten noch mal die Typen kaufen? äh, so. Äh, Blade-Control. Ja, klar, ne? Machen wir. Map of Games. Wo kann ich? So. Klasse. Ich kann nicht alle kaufen. Das ist das Problem. Äh, Preis. Medikus. Der Medikus. Was macht der? Ähm. Ähm. Ich hire den. Und dann möchte ich aber auch was so fürs Essen oder so, ne? Was kann der? Ach, Quatsch. Food is Power. Das ist irgendwo wahr? Hm. Ich krieg vier Food a day. Hiern. Ähm. Appears to boost all natural Prozesse. Wow. Moralboost. Healfast. Oh, das ist alles so schwierig. Ach, der Schmied war geil, ne? Der Schmied war cool. Bilz. Verkauf. Okay. Ich nehm den Farber. Closen. Wie viel Platz hab ich? Closen. Ich hab noch Platz. Also hier ist, das ist pausiert. Ich hätte gern noch irgendjemanden, der was herstellt. Hm. Ich bin mir nicht sicher. Das ist echt ne Sache. Da hab ich mir noch nicht so Gedanken drüber gemacht. Ach. So, close. What? Nein Ich kann Nein, ich kann wirklich nur die 3 haben Schade Egal, dann muss es halt so gehen Dann muss es halt so gehen Okay Ich werde, wisst ihr was Ich werde, glaube ich, die anderen beiden feuern Weil Ich mache das jetzt echt nur mit den beiden Und Die anderen fretten ja, ne Die fressen das hier weg Oh Gott, was sie alle labern Na ja Der macht das Oh, Sextilius Und der ist schon ausgerüstet Das ist gut Den kann ich dann eher behalten Das macht Sinn Hallo Du Sally Du Hallo Sally Kannst auch trainieren Okay Learning to store food Irrigation Your small patch of land Okay Bewässern Mach ich, ne Zack So Medikus 15 15 20 40 Wir fangen mit dem Einfachen an Oh Mann Wir machen das automatic upgrade als erstes Und das heißt, wenn er kurz Zeit hat Gradet der automatisch irgendein scheiß Ding Von der Rüstung oder von dem Equipment Einfach auf Von meinen Typen Und das kostet Nischt Oh Der Cousin vom Magistrat ist verheiratet Bla 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 27 Wein Nö Mir doch egal Das ist mir ziemlich egal Ähm So Weiter trainieren Weiter Einfach immer weiter trainieren Und da haben wir jetzt hier Ich, ne Ich, ne Ich, ne Ima Hier Hat Warum hat der nur zwei Slots Und er hat drei Der hat auch drei Der hat auch drei Was kann der Was kann der Ich gehe wieder mit Salonus Und dann ist das Und dann ist halt auch gut Und dann ist das So lobe ich mir das 322 jetzt in Addition Schöne Sache Und ich sage danke fürs einschalten Lass doch ein paar Kommentare da Ja genau Gladiator Hätte ich fast gesagt Domina ist auf jeden Fall Ein super geiles Spiel So für zwischendurch Macht ordentlich Bock Gerade die Grafik macht Spaß Und den Leuten einfach zuzuschauen Schön, dass das eine AI machen kann Ihr könnt natürlich auch mit dem Controller Oder mit der Tastatur selber spielen Da kann ich ja nächste Folge nochmal zeigen Die, die es nicht kennen Und danke fürs Zuschauen Lass einen Daumen nach oben da Bis zum nächsten Mal Tschüssi Tschüssi